Guten Morgen! Wir haben gestern noch beim Duned Head übernachtet, der nördlichsten Landmasse Schottlands und es hat die ganze Nacht gestürmt und auch heute geht noch ein Wind, aber allerdings der Wind jetzt ist ein bisschen milder und auch sehr viel wärmer. Wir schauen uns jetzt hier ein bisschen um und kommt einfach mit. Ich bin jetzt hier am Aussichtspunkt vom Duned Head. Hier geht ordentlich der Wind und ich zeige euch mal die Aussicht. Und dann geht's auf der Kursche um Auto. Dann geht's auf der Kursche um Monte. Oh Gott, danke! Wir sehen uns alegre, wie sie verklemmt. Wir sehen uns niemals im NDR. Wir sehen uns nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind jetzt gerade am Campingplatz in Betty Hill angekommen. Ich würde ihn nicht weiterempfehlen, er sieht ein bisschen heruntergekommen aus, aber er war sehr günstig mit 15 Pfund. Ja, ich verabschiede mich für heute mit diesem Vlog und wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao!